Freunde, gebt mir ein Z, gebt mir ein E, gebt mir ein A, ein O und ein D. Das ist Howdy Doody. Willkommen zurück zu der Woche von Morgens. Und das steht für Sie, das sind wir übrigens. Snow lebt. Ach komm. Ja, hätten wir das gewusst, hätten wir hier aufgehört. Oh yeah, wieder das coole Intro. Wie im ersten. Das habt ihr nicht gesehen. Da hab ich aufgemessen. Kurz. Da waren wir nicht sicher, wie es jetzt ausschaut mit dem Part. Wow. Auf dem passiert auch unsere Farbe. Ja. Hab ich gemacht. Hey. Ganz stolz. Ganz stolz. Oh yeah. Ich muss sagen, von der Spiegel schon. Ziemlich gut. Aber ich bin froh, dass ich das so mit euch spielen kann. Mit Publikum. Das ist irgendwie interessiert. Hoffentlich. Oder so. Wie kann man die Stiegen aufhören? Ja, oh ja. Okay, das ist echt. Wo warst du? Das war die Idee. Ja, kannst du dann bestätigen. Ich hab ihn nicht einmal geschlagen. Oder habe ich? Ganz am Anfang? Nein. Ich hab nur ein bisschen seine Dinge da. Wo warst du? 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 Ja, also weiß ich diesem Cover. thicker, dass du Ferdinand bist. Schön. Eks? Also keine Namen. Oder es sicher geht. Ja, das war schon ein bisschen verwirrend, jetzt müssen wir erst mal von dem Schock wieder runterkommen, ja. Ja, das denke ich, irgendwie. Du konntest ja nichts dafür, wie du ausschaust. Na ja, das ist dann... Ja, vielleicht hol dir irgendwer so einen Fetisch auf ein bisschen Snow White, ja. Das kann ja mal passieren. We keep working. We just keep doing what we've been doing. We do our jobs. And I'm supposed to do what? Sit around the business office twiddling my thumbs? Waiting for the big bad wolf to solve all my problems? That's not what I meant. That's not what I meant. Well then, what did you do? I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once and... It's not yours to lose. Doch nicht. Das war jetzt der Harte aufhör. Das war jetzt... Ich glaube... Ich glaube, ich bin jetzt kurz in unserer Wohnung und... Ich glaube, ich bin jetzt kurz in unserer Wohnung und... Ich muss nicht weinen. Ich glaube, ich bin jetzt der kleine Toad. Toad Juni... Ja, Toad Juni... TJ. Ja. So, try not to be too... You know... Oh, nice shoes habe ich an. Oh, ho. Breaking Point. Ja, ist das entweder ich mach Probleme mit Bluebeard oder ich mach Probleme mit die... du bist dauerl. Fuckin' Didi. TJ ist hier oben. Ich weiß nicht ob du sie möchtest von ihm den ersten oder später. Aber, posisch mir das, wann du fertig hast, wenn du den Körper desigkeligst. Ich... Ich will... ich will da sein. der wachstum der das messen der runde sieben mit dem kann man kommen an die jahre ist die kurz schürzt was einfach ja ich denke was haben wir da und mit konnten und mit dem Entschuldigung für die Wörter die Wieskirchen so da muss man die Wüste wie auch so die Juli das ist über die Sektion und angenommen um hope you can find what you determine ok und this has been harder on wusser book of fables schmerz 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 mir wird man zu sehen der screen schmerz 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 wo so erst mal bis sie schmerz ob er dies schaue es ist man hat schon in der nächsten episode denke ich mal das ist die nächste schauen uns an die kreis zu sagen hat checker an die wunderschöne meister nun müssen im mitten sind wir zuerst mit einem reden und dann in barriere was ist was haben wir da und du ob jetzt das gespräch einfach übersprungen ob es jetzt wirklich einfach übersprungen ein abgut jungs mädelsortes mal ich bin gerade ein bisschen ich habe gerade krise ich glaube ich habe ich kann immer mit Ruh Ritz in Kopenhagen ja Schaudern und nicht aus wie sie 1 zu 1 Stimmt ich bin Life is strange. Gute Spiel. Gute Spiel. Schauen wir uns das mal an. Perfekt. Dr. Schweinhardt. Brüch. Was ist das? Eine Brüche. Ich habe keine Brüche wie so. Vielleicht ist es wirklich an sie. Nein. Es ist ein Teil der Glamour. Es sieht aus dem Land. Böfken. Und Sie erkennen diese symbolen? Nein. Ich habe nichts gesehen. 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 Wenn sie die Brüche nicht mehr benutzt haben. Oder wenn sie die Marken schütteln. Ich habe nichts gesehen. Dann habe ich eine Glamour. Ich habe nichts. Das ist technisch illegal. Es ist sicherlich nicht beendet, aber es gibt keine Verlusten, die es verbinden. Also ist es eine Art Black Market für Glamour? Man würde so sagen. Ich denke, dass jemand mit den richtigen Büchern und Trainings der Glamour könnte theoretisch ein Glamour produzieren. Noch eine andere Sache zu beschäftigen. Black Market oder nicht, ist es ein ziemlich guter Match. Schau mal das. Die Bauten sind auch nicht exakt. Es gibt einen extra einen hier. Können wir uns das da bitte kurz mal anschauen? Eine Seite! Zementblöcke. Können wir uns bitte kurz die Hand anschauen und Donnie und Coat? Was ist denn da drin? Die Hände ist ausgerüstet? Wir haben also keine Schmerzen auf den Knucklingern. Oh. Vielleicht ist sie etwas betroffen? Vielleicht. Wollen wir sie auf? Richtig, du bist nicht einfach. Das hilft nichts. Was machst du? rixe, um herauszufinden. Fallchen? Oder so? Schauen wir mal. Du bist richtig, diese Bauten sind auf. Ich wundere... Was? 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 Snow, wenn ich... Öffne ich die Bauten? Bigby, lass mich einfach machen. Du bist noch okay? Ja, bei... Sorry, das... took longer than expected. What have you found out? Your glamour is defective. Oh, defective? We are thinking it's black market. We should really be regulating this kind of thing. Yes. Ja, nur wenn Crane als Bürgermeistererstatt nix tue... ...dann find man nix... Aber Freunde, diese Investigation führen wir in der nächsten Episode von Wolf Among Us weiter. Also, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Und... also ein Abo! Und dann sehen wir uns auch schon wieder in der nächsten Episode von Wolf Among Us, die wahrscheinlich wieder bald kommt. So wie die hier. Haha. Okay, howdy doody! those nächsten Mal, früher, Bis zum nächsten Mal.